Auch hier hat ein Nachbar kreativ gelebt. Aus zwei Lattenrösten hat er einen Zaun gemacht und aus einem ehemaligen Schlafzimmerschrank hat er sich auch ein Häuschen gebaut. Ja, aus Steinen hat er sich einen Tisch gebaut mit einer Auflage und sogar einen Grill hat er hier. Ach naja, es gehört hier in dieses Quartier. Ja, hat er sich schön gemacht. Oh, hier entdecke ich weiter. Hier hat sich einer einen Platz geschaffen. Ja, selbst doof darf hier sitzen. Und hier ist die Bank für uns alle. Ja, jetzt gucke ich nochmal, ob man dieses Grundstück gehört. Ja, ach, super. Für seinen Anhänger hat er hier auch ein kleines Grundstück geschaffen. Dann hat er hier für Vögel ein Paradies geschaffen. Ja, hier brütet jemand. Das ist sehr interessant. Ja, ein Hotel hat er gebaut hier für Insekten oder für Bienen. Ja, schön. Na gut, Teil 2. 别 betrifft das Gleich funktion. Wie geht es? Vielen Dank.